Hey Jungs, das war ein Verbrechen, ihr Handtaschenklauenden Kotzbrocken. Und das hier, das ist die üble Strafe. Zwei Strafminuten für zu hohen Stock. Zwei Strafminuten für Kostcheck. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich am liebsten habe. Zwei Minuten für Stockschlagen. Wie wär's mit fünf Minuten für ungebührlich raus Spielkumpel? Hey, Bruder, seit wann sind Penner Schiedsrichter? Du hast dein Maul aufgemacht. Jetzt mach dich vom Acker und lass mich mit den Jungs das Spiel zu Ende spielen. Nicht hier, nicht so und nicht jetzt und nicht von dir.